Hallo Leute und Herzlich willkommen zurück bei Sons of the Forest. So, mein Golfkart schwimmt gerade mal den Fluss runter ein bisschen. Ja, meiner ist auch irgendwo da unten. Das ist noch auf der anderen Seite. Na komm, schwimm weiter, du Ding. Was ist deine blöde Idee? Ähm, so weit runterschwimmen lassen, dass man wieder aufsteigen kann. Okay. Ja, wo ist meiner? Ja, direkt neben mir. Auf dem Hügel. Was doch jetzt? Und hopps und hopps. Ha, hab's auf die andere Seite gebracht. Das Ganze sogar teilweise drin ein bisschen fahren. So, I'm up. Okay, und... Kommst du voran? Ja. Einsteigen, Ant. Nice. Ja. Und dann, let's go. So war's nicht geplant, aber wir haben's geschafft. Jo. Okay, gut, gut, gut. Das war's nicht geplant. Gut, da ist jemand neben uns. Egal. Oh. Aber ich glaube, wir hätten es aber da oben langfangen können. Egal. Oh. Egal. Oh. Ähm. Mhm. Jetzt habe ich das so ein oranges Ding. Kann man ja auch mal hingehen. Okay, die Steuerung ist ein bisschen. Ah. Äh. Haben die gerade einen Molotow-Cocktail geschmissen? Weiß ich nicht, was wollte der da hinten abgeht. Ich habe gerade gehört, wie er so Glas zersplittert. Dann ist es wahrscheinlich so einer, der sich selbst anzündet. Stimmt. Ja. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Was eigentlich idiotisch ist. Er könnte einfach den Molotow-Cocktail schmeißen. Die sind halt ein bisschen extravagant. Mhm. 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 Wir haben da wieder welche. So. Äh, ich würde sagen, wir können hier erst mal parken. Mhm. Tja. Blöcke laut. Können wir hier auf dem Eis das machen? Nee, wir müssen auf dem Boden das machen. Ah. Okay. Und dein Auto hat so gut wie keinen Strom. Ich meine, auch nicht. Ja. Es leuchtet ja keine Sonne. Ja. So, kurz speichern und dann ab ins Bett. Mach dich bereit, dass Leute kommen. Oh. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Auch nicht. So, dann können wir mal zu diesem Orangendingen hingehen, würde ich sagen, oder? Ja. Dann können wir zu den Fragezeichen hin und dann können wir zu dem Bunker weiterfahren. Genau. Oh. Ja, aber wer... Ah, der Typ hier. Okay. Was mit der Typ? Äh, er hatte da das GPS. Hab ich weggenommen. Achso, ah, 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 warte. Ein GPS? Kann ich das auch noch mitnehmen? Ja, kann ich. Gut. Oh. Hunger und Durst hab ich. Ähm. Ich erst mal kurz was. Oh, was ist das denn? Okay. Naja, warum nicht? Wollt ihr ein bisschen trinken? Das ist nicht mehr, dann ein Energy Drink. Und dann noch mal die Haut ein bisschen straffen. Sehr gut. leckeres Höhlenwasser. Leckeres Höhlenwasser. Aha. Oh, ein Rezept für ein Knochenalter. Irgendwie so, das ist ähnlich, ja. Warum auch immer. Einfach nicht über nachdenken. Machst du das schon? Ja. Das ist die ganze Höhle. Oh, wow. Ey, besser als nix. Ja, wirklich. Zum Fragezeichen können wir den Golfcars wieder hinfahren. Ja. Boah. Haben die jetzt mittlerweile genug Strom? Also es leuchtet auf jeden Fall wieder. Ja, das reicht schon. Oh, da ist ein Dörfchen. Au. Die kann mich einfach nicht treffen. Die kommt einfach nicht an mich ran. Erwäscht. Blatsch. Okay, mal sehen. Was haben wir hier Schönes? Ganz viele Sperre. Oh, Batterien. Stimmt. Gab es nicht mal die Möglichkeit, mit der Solaranlage, dass es immer wieder Batterien rausschmeißt? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Das würde auch keinen Sinn machen. Du könntest es vielleicht aufladen, aber dass doch gerade keine rauskommen. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Und was ist es? Und was ist es? Und was ist es? Oh. Oh. Aber die überleben so lange, bis wir da sind. Und das ist dämlich. Ja. Das ist es. Na gut. Dann. Wir gehen wir in die Höhle. Ich glaube, die sind die bei uns. So. Doof. Interessant. Ich hab nichts verletzt. Feuerwehrachs ist nochmal besser als die moderne Axt. und da geht es noch mal ganz weit nach unten ein neues rezept und scheinwerfer das wäre cool ist das eine ausrüstung oder etwas zum hinbauen okay das war es dann aber auch hier unten also was man mit dem dings machen kann mit diesem gestein keine ahnung sind wir unbedingt mal irgendwas bauen kann man vielleicht irgendwas kraften und dann kannst du definitiv nichts kraften also kannst du damit wahrscheinlich nur irgendwas bauen die frage ist was das weiß ich leider nicht ich auch nicht ah hier den scheinwerfer müssen wir ausprobieren ja wie der aussieht schaue ich mich auch oh das blenden sie gerade keine blöden überraschung wieso habe ich hier immer noch das fragezeichen achso da ist der typ mhm okay ich habe das fragezeichen immer noch da weil ich das ding nicht mehr mitnehmen kann bei mir ist es jetzt neu ja weil ich es sozusagen hingeschmissen habe weil ich zu viele von den markierern schon dabei habe ich sehe es nicht einmal das müsste eigentlich hier irgendwo liegen naja hier oder nee ups das hast du essen keine ahnung wahrscheinlich liegt sogar im boden drin oder sowas naja gut dann gehen wir zum bunker möchtest du hingehen ich würde heute hinfahren du hast wir noch ein wenig weiter weg naja ich möchte mit hingehen nicht wirklich gehen aber schön dass wir meinst du ein ein Was sind das eigentlich für gelbe Flaggen auf dem Radar? Achso, das sind unsere Holzschlitten. Ah. Hier sind wieder ein paar Leute. Wenn die nicht nett sind, halten wir auch nicht an. Jupp. Oh, wir sind gleich da. Jupp. Was war das denn? Über uns ist ein Helikopter und hier unten ist ein kaputterer Helikopter. Ja, aber was war das denn? Was soll was? Ich wurde ja aus dem Ding rausgeschlagen, aus dem, äh... Oh, ist das Virginia? Tarnanzug, ich glaube für Virginia. Äh, das kann sein, ja. Ja. Warum? Hinter dir. Hinter dir. Oh, da drüben. Hey. Da unten brennt irgendwie das Rotes. Ja, das ist wahrscheinlich wieder so einer, oder? Ja, aber wird nicht markiert. Keine Frage. Ich habe einen Dosenöffner. Oh, hier ist ein Knight. Ja, aber das bringt uns nichts. Eher weniger. Das ist echt toll, dass man den nicht mitnehmen kann. Ja. Okay. Dann tun wir mal absprichern. Das sind... Ach, Helik. Helik. Und ja, stimmt. Absprichern wäre gut. Batterien. Ja, okay. Ich habe jetzt einen Dosenöffner. Den habe ich schon längst. Naja, ein Geber. So. Hast du den Tarnanzug genommen? Ja, ich schau gerade noch, ob es denn noch irgendwas anderes gibt. Aber scheinbar nicht. Hier gibt es... Helme und so weiter und so fort. Aber das dürfen wir nicht mitnehmen. Nein, 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 nein. Wieso sollten wir sowas nur wollen? Keine Ahnung. Warum sollten wir eine Ausrüstung wollen, die uns das Leben erleichtert? Unverständlich. Hier ist das hier eingestürzt. Oh. Oh. So. Hier hinten ist nichts. Okay, gehen wir erstmal oben hin. Okay. Sieht so aus, als ist jemand hier. Und hier geht es nicht weiter. Gut. Unten brauchen wir die Karte. Wo braucht man die Karte? Ganz unten. Okay. Okay. So. Warte was. Oh, wir kommen hier gar nicht rein. Oh. Okay. Wir haben Virginias Karte. Und die ist nicht gut genug. Nein. Ich werde das ausprobieren. Lauf, 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 lauf. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ja, der Ex hat mich auf die Idee gebracht. Ähm. Ah, okay. Aber man hatte uns hierher geführt. Ah. Das ist aber seltsam. Wie ist da ein Helikopter da? Aber hier gibt es auch auf der anderen Seite vom See, äh, eine Höhle. Vielleicht gehen wir da mal rein. Oh. Äh, wo ist mein... Ist meine Lele so weit hinten? Ja, ja. Also. Also. So. So. auch die brücke müssten wir mit dem wir können wir den fucking see drüber fahren diese überhaupt hier entlang können direkt zur Höhle fahren und die wäre ah die Höhle meinst du ja ob es ein Boot gibt in der Forst gab es ja ein Boot ein Hausboot sogar und konnten Floß machen ah dieser Lärm da haben wir etwas Neues auf die Welt losgelassen leider das sieht schon mal wieder interessant aus direkt leider leider ja hier geht es nach oben okay so mit an weiter geht es okay Leute in den goldenen Raum das sind Babys einfach weiter gehen ja ain't nobody got time for that genau da hinten ist Licht muss leider nichts gutes bedeuten ich sehe da hier ist auch Licht hier oben stehen hier oben stehen ist auch dort was liegt denn hier gut nachladen alles mitnehmen wir können die schlachten oder zumindest einer davon den hier also in 321 und das haben wir hier nichts besonderes glaube ich da rechts oben entlang gehen das ist sehr viel erz nicht mitnehmen können leider hier ist etwas zum tauchen dann hätte ich mal meine tauch ausrüstung an und wir sind schon bei 30 minuten ich würde sagen das war es für diese folge also liebe leute bis zum nächsten mal ciao oh oh oh